Was ist das, was ich mir vorgestellt habe? Was ist das, was ich mir am Anfang gedacht habe? Ja, weiß ich auch nicht, wie das zusammenpassen soll. Aber es passt sehr gut zusammen und am allermeisten hat mir gefallen, dass wir uns unter den Bibliotheken so gut vernetzt haben. Also wir haben ganz nette Kollegen kennengelernt, erst mal digital, jetzt auch analog und ja, das macht am meisten Spaß eigentlich dabei.